Wir testen uns durch die besten Foodspots in Amsterdam und eins kann ich euch sagen, Amsterdam ist wirklich auf einem anderen Level. Deshalb los geht's zum ersten Spot. Wir starten unseren Tag wie so oft mit einem richtig guten Kaffee, aber der wird heute begleitet von einem Pistachio Cruffin, also einer Pistachien-Croissant-Waffel, was einfach nur geil sein kann. Deshalb stellen wir uns in die Schlange, ein bisschen Zeit muss man mitbringen, aber es wird sich lohnen. Das hier ist, was man morgens sehen will. Schöner Kaffee und dazu das Objekt der Begierde. Alle haben gerade in der Schlange darauf gewartet. Ein Pistachio Cruffin. Ich habe bisher nur auf Social Media von Cruffins gehört, noch nie einen in der Hand gehabt. Es ist eine Mischung aus einem Croissant und einem Muffin und in der Mitte haben wir diese Pistachiencreme. Hört mal bitte. 11.30 Uhr kamen sie aus dem Ofen, wir haben jetzt 11.40 Uhr. Ja. Kaffee sehr gut. Rein in den Cruffin. Wow, diese Pistachiencreme in der Mitte. Schmeckt richtig krass nach so gerösteten Pistachien. Man sieht auch sogar noch einzelne Stücke drin. Wer mal in Süditalien Urlaub macht, kennt auf jeden Fall diese Pistachiencreme und das hier ist eine richtig gute. Und das in einem knusprigen, aber wirklich vor allem fluffigen Croissant-Teig ist halt einfach unfair. Manche Sachen, die man so kennt, Aktivkohle, Burger Buns, sind einfach Schrott. Aber ein Cruffin hat echt eine Daseinsberechtigung. Und wenn ihr in Amsterdam seid, dann holt euch einen, weil es ist einfach wirklich krass lecker. Meine Lust auf Süß ist noch nicht ganz gestillt und ich stehe vor Winkel 43. Einem lebhaften Café, das für seinen Apfelkuchen bekannt ist. Den kriegt man an vielen Orten in Amsterdam, aber ich habe gehört, hier gibt es den besten. Thank you so much. Guckt euch diese Schönheit einfach mal an. Original typischer niederländischer Apfelkuchen mit einer schönen Kruste, die schon fast aussieht wie ein Keks. Innen drin Apfelstückchen mit einem Zimtmantel außenrum und ein ordentlicher Schlag Sahne. 5,60 Euro kostet das gute Stück. Für Amsterdamer Verhältnisse absolut fair. Ich nehme hier vorne eine Ecke, ein bisschen Sahne, ein bisschen Kuchen. Das ist so einfach, aber so gut. Also der schmeckt wirklich schön zimtig. Die Apfelstücke, unnormal geil. Dazu die Sahne. Ich glaube, das gefällt wirklich jedem. Was besonders auffällt, ist diese leichte Zimtnote. Ich meine, jedes Land hat ja seinen eigenen Apfelkuchen. Ein Kastraldeutscher Blechapfelkuchen. Dann gibt es den Apple Crumble. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Variante. Das muss man den Holländern lassen. Wenn ihr so ein Teil bestellt und noch mehr essen wollt am Tag, dann holt euch besser Begleitung. Boah, krank. Der schmeckt echt richtig geil, Digga. Wir befinden uns vor Maillard Smash Burgers. Benannt nach der Maillard Reaktion, die passiert, wenn sich eine schöne Kruste beim Braten entwickelt. Röstaromen, Crisp und einfach schöne Burger werden uns hier hinten versprochen. Reden wir nicht lange und holen uns einen. Das lässt mein Burgerherd höher schlagen, Leute. Guckt euch das einfach mal an. Ein selbstgebackenes Potato Bun. Wunderschön weich. Hauchdünn gesmaschte Patties. Unten Käse. Feiner Eisbergsalat. Und selbstgemachte Soßen. Dazu noch ein paar hausgemachte Gewürzgurken. So was sucht man vergebens bei mir in Köln. Klar, in Berlin gibt es Goldies. Unglaublich gut. Aber der hier sieht gefährlich aus. Also, packen wir den jungen Mann mal aus. Wer Smash Burger nicht kennt, durch das Smaschen kriegt man maximale Kruste, maximale Röstaromen. Das ist einfach ein Hochgenuss. Rein da. Boah, die hausgemachte Soße hat wirklich Züge von der Big Mac Soße auf eine Art und Weise. Ist überhaupt kein Standard Smash Burger. Also, das ist wirklich eine ganz andere Liga. Unglaublich guter Burger. Kann ich jedem von Herzen empfehlen. Und dazu gibt es hier Smashed Potatoes. Da liegen einfach so kleine Drillinge, so kleine Kartoffeln, die mit einer Soße und frisch geriebenen Käse getoppt werden. Heiß? Ja, die wurden auch gerade frisch frittiert. Und diese Lemon Garlic Sauce obendrauf. Schön knoblauchig. Die sind richtig, richtig weich innen drin und außen. Man sieht es. Richtig schön knusprig. Einfach genau das, was ich jetzt gebraucht habe nach den zwei süßen Spots. Amsterdam hat es wirklich kulinarisch einfach so was von drauf. Auf so kleiner Fläche, also in der Innenstadt, so viele kranke Food Spots. Glaubt mir, dass das noch nicht alles war. Hinter mir ist Fabel Fried, einer der gehyptesten Läden in Amsterdam, bei dem es einfach nur Pommes gibt. Gehen wir rein und finden heraus, warum sie so gut sind. Wir stehen hier in der Schlange und die Schlange ist nicht hier, sondern eigentlich da vorne und sie wird aufgeteilt, weil sie häufig so lange ist. Wir haben ein bisschen Glück, weil wir relativ früh da sind, aber auch hier kann es sein, dass man eine Stunde warten muss. Und das ist wirklich eine der Downsides von Amsterdam. Bei den krassen Spots wartest du einfach, weil es so touristisch ist und die Leute wissen mittlerweile, wo es gutes Essen gibt. Ich weiß nicht, wann in meinem Leben ich so viel Aufwand für eine einfache Portion Pommes betrieben habe. Und ich frage mich, ob sie den Hype wert sind. Ich nehme hier einfach eine und wir essen das Ganze. Parmesan, Trüffel-Majo. Ich habe gehört, das ist die einzige richtige Bestellung, die man hier tätigen soll. Ich probiere. Also es sind durchkrank gute Pommes. Unfassbar viel kann man dazu nicht sagen. Die sind knusprig. Du hast aber trotzdem, da die von Hand geschnitten werden, auch die kleinen Stücke noch, die einfach nur knusprig sind, auch perfekt gesalzen. Nicht irgendwie so ein bisschen, boah, die ist schon sexy, ne? Bro. Du hattest gestern auch bei einer anderen Pommesbude welche, die sind schon different wahrscheinlich, ne? 5,90 Euro, so wie ich sie hier habe, also mit Parmesan und Trüffel-Majo. Finde ich auch fair für Amsterdam. Der Laden selbst ist wirklich besonders winzig klein. Da stehen acht Jungs drin oder so, alle zwischen 18 und 20, die nichts anderes machen als diese wilden Pommes hier. Und wie so häufig ist es einfach so, dass wenn ein Laden sich nur auf ein Produkt konzentriert, dann ist es auch krass. Und, ja, diese Möwe wird probieren, unsere Pommes zu klauen. Go away! Unglaublich gute Pommes, fairer Preis. So gut, dass sogar die Möwen sie haben wollen. So gut, dass die Möwen sie haben wollen. Guck mal, ich glaube, die ist extra knusprig. Isst die mal bitte am Mikrofon, dann wissen die Leute, was abgeht. Das war ein Spot, den unheimlich viele von euch auch vorgeschlagen haben, deshalb Dankeschön an der Stelle. Und schaut mal auf Instagram vorbei, da könnt ihr mir immer gute Tipps geben. Dankeschön. Jetzt brauche ich mal was zu essen. Hinter mir ist Frenz Haringhandel. Das heißt, es gibt Kibbeling. Kibbeling ist Chicken Nuggets mit Fisch. Mit Kabeljau, um genau zu sein. Ja, genau. Ich esse Nuggets aus Kabeljau. Das Hemd, das ich trage, blau. Die rote Farbe auch. Gehen rein und bestellen. Kibbeling ist ein schönes Ausbackteig, goldbraun, frittiert. Dazu eine Soße, so eine Kräuter, Knoblauch, Mayo-Soße. Und auch hier, ihr seht im Hintergrund, kann eine kleine Schlange da sein. Wir hatten gerade keine, die hat sich innerhalb von einer Minute gebildet. Man riecht auch nicht so altes Öl, sondern das ist gute Qualität. Ich gehe einmal rein in die Sauce. In die Sauce. Ich habe ein bisschen Angst vor der Temperatur. Der hat das gerade aus der Fritteuse geholt. Egal, einfach rein. Alter. Crazy, oder? Geil gewürzt. Saftig wie noch was da drin. Wirklich, also das glänzt ja richtig. Und diese hauchdünne Panade, guck mal. Das ist ein Millimeter. Hat so einen immensen Crunch. Wirklich, das macht richtig, das macht Spaß beim Essen. Was passiert, was auf der Zunge ist? Das ist mal ein Peace, Alter. Amsterdam, wer es nicht weiß, ist lost. Aber liegt ja auch direkt am Meer, ne? Direkt, aber das Meer wird ja reingezogen. Ja, ja. Also, es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass das mit frischem Fisch zubereitet wird. Und es schmeckt gut, es ist knusprig, es ist lecker, es ist warm, es ist vor allem aber auch traditional Dutch food. Und sogar die Westen mögen es, wie gesagt, deshalb weiß ich nicht, warum ihr es nicht auch mögen würdet. Gehen wir mal was essen. Nochmal was Süßes jetzt vielleicht, oder? Ja, warum nicht? Ich will noch eine Sache sagen. Ich glaube, das geht ein bisschen unter inmitten von diesem ausnahmslos krassen Essen. Jeder Spot in diesem Video ist eine 10 von 10. Also ist wirklich unfassbar gut. Dieser Kibbeling, ich habe noch nie so was Gutes gegessen. Noch nie so guten frittierten Fisch gehabt. Smash Burger, Fehlanzeige. So was kriegst du in Köln nicht. Und wir haben Sachen noch heute. Diese Cookies, die später noch kommen werden. Ich habe Angst davor. Und ich bin froh, dass ich heute Abend weg bin aus Amsterdam, weil das Essen ist zu krass. Bevor wir zum Finale kommen mit den Cookies, noch ein letztes Mal herzhaft. Und nicht irgendwie. Ihr werdet es vielleicht im letzten Video gesehen haben. Lebanese Sageria. Hier wird Sager-Brot bei Bestellung frisch gebacken auf einem Sager-Ofen. Das ist so ein Halbkreis, auf den Teiglinge gelegt werden. Knusprig ausgebacken von einer Seite, die andere bleibt schön weich. Dann wird das Ganze gefüllt, bestrichen mit guten Zutaten. Habe ich zum ersten Mal vor vier, fünf Jahren gegessen. Immer wenn ich hier in Amsterdam bin, esse ich das. Gehen wir rein und lassen es uns schmecken. Die wollten es mir gerade schenken, aber ich habe gesagt, ich will dafür bezahlen. Weil das ist einfach so lecker und so besonders. Wir haben ein Sauerteig-Sage-Brot, das frisch gebacken wird. Innen drin haben wir dieses weiche Beef mit Granatapfelsirup, Tomate, Minze und Labneh. Also so einen Frischkäse. Und das schmeckt einfach... Wenn man es im Laden isst, nochmal eine deutliche Ecke krattert. Das Brot hat eine perfekte Konsistenz. Das kommt wirklich nochmal ganz anders als geliefert. Dieses marinierte Fleisch hat so einen orientalisch-libanesischen Gewürzmix. Es schmeckt einfach unglaublich gut. Ich habe keinen Vergleich für euch, das ist einzigartig. Aber wenn ihr hier seid, vertraut mir, gönnt euch das. Das, was ihr hinter mir seht, ist die Schlange für einen Cookie. Ihr habt richtig gehört, für einen Cookie. Denn nichts anderes als diesen einen Cookie gibt es bei der Van Stapele Cook-Mackerei. Der ist so bekannt, dass die Menschen diese Straße hier besetzen. Und wir waren schlau und haben ihn im Vorfeld bestellt. Wir haben sie. Van Stapele Cook-Mackerei. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Gucken wir sie uns mal an. Wenn man drüber nachdenkt, unvorstellbar. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass da gerade 150 Menschen drauf warten. Die kommen immer frisch aus dem Ofen. Während ich das so halte, merke ich auch, die sind noch so leicht warm. Und hier drin, 6er-Pack für 12,50 Euro, sind die begehrten Kekse. Mit einer Anweisung, wie man sie ideal wieder aufwärmen kann. Das ungeschulte Auge könnte sie vielleicht auf den ersten Blick gar nicht von Subway-Cookies unterscheiden. Ich sage es jetzt einfach, was ich denke, auch wenn es eine Beleidigung ist. Aber, wow, warm, fettig, in der Mitte der Kern aus weißer Schokolade. Wir probieren das Ganze jetzt mal. Ich gönne mir jetzt diesen Bissen und ich erwarte wirklich nicht viel, ich erwarte alles von diesem Cookie. Menschen sagen, dass sich Heroin so anfühlt, als sei man wieder im Bauch der eigenen Mutter und alles wäre in Ordnung. Ich glaube, diese Cookies sind Heroin. Das ist eine Wärme, die den Körper durchströmt. Das kitzelt so an deiner Kopfhaut. Das ist wirklich, das ist der krasseste Cookie, den ich hier gegessen habe. Weißt du, was ich halt auch direkt hatte? Dieser Kontrast, dass es halt außen wirklich Biss hat und innen drin noch so halb roh ist gefühlt. Die restlichen vier nehme ich jetzt noch mit nach Hause. Als schönes Andenken an diesen wunderschönen Amsterdam-Trip, der kulinarisch einiges bisher da gewesen ist, in den Schatten gestellt hat. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Paul, track mal meine Füße so raus und dann machst du so, guck's auf den Wolkenkratzer. Bitte.